Ja, ja, guten Tag, guten Tag, willkommen zum Video heute, ja. So, ja, willkommen zum Video heute, heute geht es darum, ja, willkommen alle, alle dabei seid im Bildschirm und ja, ja, äh, sehr warm werden, langsam, 32 Grad werden, mit Maske, ach du Scheiße, äh, warte, so, Licht, mach jetzt aus, das bleiben wir aus, so, äh, Linie, weiß ich jetzt nicht, was ich für die Linie befahren, ich glaube, wir nehmen mal, hier weiß ich jetzt nicht, schönen Dreck weg, oh, noch, guck, guck mal, fahrplan, danach gucken wir weiter, oh, nee, Längen, hab ich keinen Bock auf lange Fahrten, nach Hoch, Hochbach, nach Hochschule, da fährt auch gleich ab, nach Hochschule, da fahren wir jetzt so ein paar Kinder, die kleine Kinder hat, die kann ich auch nicht verkraften, weil ich gehe, da kommen die Leute, die sagen sich Busser, sagen sich, ja, wow, scheiße, einfach der Junge, petzt alles, was ist das, wenn die Kinder wegklauen, und das ist auf jeden Fall, liebe Leute, wenn es ein bisschen ruckeln tut, oder ein bisschen ruckeln tun, ein bisschen lauter über mir redet, es kann nur sein, dass ich mein Mikropon lauter gestellt habe, dass ich heute diesen Add-On gefahren bin, aber ich kann auch lauter, mein Spiel, ein bisschen lauter, dass ihr den ZF genießen könnt, das machen wir, das ist heute mal notwendig, heute mal die ZF, ruckelt das ein bisschen, hier ruckelt das richtig heftig hier, ja mal schauen, ich hoffe mal, Hochschule nach Holenbach, ich weiß das nicht, weiß jetzt, welcher Umlauf es ist, das weiß ich jetzt nicht, das, das ist Susanne, klick mal an, heute die Leute mit Navigation, ist heute auch so gut, da sind schnell, hier gehen wir, ich habe das ZF getrieben, das wird auch gleich anhören, oder, kann man anhören, sofort mal anhören, hau mal an, hier, natürlich ist mein alter Soundmod nur drin, den ich damals, äh, damals, vor damals, äh, diesen Jahr, 1019, den wir gefahren sind, also nicht wundern, dass er anders anhört, das ist ja von auch, 2020 auch den gefahren bin, aber den habe ich auch, mit Om C2 auch, habe gesagt, äh, das Linie, müssen wir auch Linie eingeben, was ist von Inbach, ich weiß jetzt von Inbach, oder 959, 590, ok, 590, 19, äh, nach Hochschule, dann geben wir hier ein, das ist ja Schulbusfahrt, S, wie Schule, dann, machen wir hier, dann machst du hier, warte, warte, 1, ok, S wie Schule, das heißt, das heißt, für Hochschule müssen wir das S, weil das ist auf jeden Fall sehr wichtig, für uns so wichtig, jetzt packe ich noch mal ein paar Papier aus, äh, Papier reinmachen, äh, geht ja nicht, schade, einfach einsteigen, los, einsteigen, ihr Schüler, scheiß Schüler, ja, wollte zum Hochschule, wollte irgendwas scheiße machen, oder wat, so, man muss, man muss einfach mit den Leuten einfach mit ein bisschen, ein bisschen Abhörung kommen sein, so, muss ich die Inhaltszeiger umstellen, weil ich besser sehen will, auf was da draufsteht, besser was da draufsteht, warte mal, äh, so, und hinten mache ich mal die kurze Werbung hier weg, das war das von, äh, Werbung, äh, wo ist die denn, Werbung, ja, ah, die kann auch, ach, ja, dann machen wir das einfach mal, dann noch die Räder, die, diese, diese Klappen, die machen wir auch, auch, diese Kappen, mache ich auf alt, natürlich, hier würde ich gar nicht gewohnt bin, hallo, jetzt hilft der scheiße, hier, meine Güte, wann ja scheiß hüpfen, älter, das scheiß hüpfen, ey, so, was muss ich denn kurz machen, kannst du, dass ich könnte so eine eng schiebende Tür machen, das heißt, auch Gott, mal, was habe ich gesagt, Schiebetür, ne, das habe ich so gemacht, aber, ist Geschmackssache, ich lasse es so, wie ich damals gewohnt bin, 35 Minuten, wenn die Ruckler, ich habe gesagt, ja, warum, ähm, mit Omzi 2 langsam, nicht bei mir nichts Neues kommt, es liegt einfach daran, an die Performance, und, ähm, ich bin einfach mit TS gewöhnt, da kann man besser mit Spaß haben, aber Omzi 2 ist einfach für mich einfach, weil es liegt an die scheiß Karten, es liegt an der Karten, die sind richtig Performance-Killerhaft, also, zum Beispiel haben Leute, haben so ein Bomben-PC, ich besitze keinen Bomben-PC, das sind die Sauerei, einfach, einfach die Leute, einfach, wenn ihr im Homeoffice bist, ne, also ein Homeoffice, einfach, wenn du bist, zapfen bei dir die Leitung weg, das ist scheiße, einfach, und das ist immer so scheiße, das ist einfach, wenn man Homeschooling hat, so, los geht's, jetzt ist es noch zu voll, jetzt auch langsam, und jetzt einfach dieses ZF genau an, dann kann man, ich habe gedacht, mit euch das ZF, weil ich habe lange das ZF hier, oh, der ist heute schön, dass wir eine Schulbootfahrt machen, das heißt, oh, du Scheiße, wie ruckelt das, wie ne Sau hier, für ne Sau ruckelt, ist, oh, kann ich nicht schocken, also, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr seht, man, ist ja total büroklockt geworden, der Bus ist scheiße, einfach, das ist doch mein Bus, halb so gut, also, zwf, 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 spreche wir heute, aber, ich mache mal, wenn ich lauter spreche mit euch, Machen wir wissen, lauter Spiegelwissen. Ja. Äh, schön weg, hä? Das ist alles falsch. Ach du Scheiße, Mann. Ich bringe gar nicht Windows 10 um. Alter, so nenne ich. Einige Leute, es kann doch nicht wahr sein. So eine Scheiße ist einfach. Das meinte ich, Leute, das Ruckeln. Das geht mir einfach voll auf die Eier. Es geht einfach auf die Eier. Ja, Leute, ich könnte jetzt nicht sehen, dass ich sie bin offline. Ja, pass auf, wie lange habe ich ein Spielstunden gebraucht? Ich muss kurz mal, wie kann ich die online schalten? Neustarten. Ist das Geld noch da? Ja, nicht fragen. Meine Fresse, aber das ist auf jeden Fall sehr voll. So, mal gucken. Jetzt warten wir noch. Ach, Geld noch da. Ja, das muss erst mal, ihr Steam muss sein Geld noch abrufen, das abzahlen, mir das abzapfen. Und, ähm, ja. Also dieses gerade für 30 Euro, wenn man es anklickt, das ist eigentlich für 30 Euro. So, Leute, dieses Livestream für 30 Euro für eine Sauerei, das ziehe ich auf jeden Fall nicht ab, ne? Das ziehe ich jetzt. Ich ziehe das aber ab auf mein Konto. Das ist ähnlich wie wenn ich das einfach so, einfach abgezogen hätte. So, dann sage ich mal. Wollen wir sagen, ist es ein Stück nicht besser geworden bei meinem PC. Sage ich mal, Wiedersehen und Tschüss. Das ist ein Stück nicht besser geworden bei meinem PC.